Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trainsimworld 2. Mir ist gerade aufgefallen, wir hatten ja bei der Einführung die Baureihe 143. Und wenn ich hier so durchgucke, haben wir einmal das Szenario aufgewacht, den Frachtwechsel, beteiligte Züge, bla bla bla, auch wieder erst mal den Steuerwagen, für den keine Anführung da war, und wieder D-Log. Aber, dann haben wir den Konsorten hier, hier auch für die 363, aber wir haben hier nirgendwo die 143 drin. Aus dem Grunde machen wir jetzt hier mal ausnahmsweise eine Fahrplanfahrt, mit der 143. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der hier und der hier? Kann man mir das jemand erklären? Wir kombinieren die ganze Geschichte einmal mit dem Ding. Ähm, haben wir hier eigentlich ne kurze Tour, die so 10 Minuten geht oder so, irgendwie, was Schönes. Genau, wir machen einmal den RB 65 Hagen Iserlohn, den nehmen wir heute. Mit dem Wetter, das wir auch gerade draußen haben. Ähm, und danach machen wir erst das Szenario. Nur damit wir die mal mit drin haben. So, RB 56 Hagen Iserlohn. Fahren Sie die Passagiere nach Liedmarte. Da wird ein anderer Fahrer für Sie übernehmen und den Zug nach Iserlohn bringen. Alles klar, tun wir das. Karre ist an. Was muss ich noch einstellen? Ich muss noch einstellen. Ich habe jetzt noch sieben Minuten. An einem Ort halten. Ich muss schon direkt bloßfahren? Really? Really? Ja, okay. Ey, so gnadenlos bin ich noch nie ins Feuer... ...reingeschmissen worden. Ja gut, Zugkraft 100%. Der ist auf grün. So. Zusätze auf. Ich muss mal hingucken. Bremse aus. Das ist gelöst. Das ist gelöst. Fahrgasttüren sind... ...geschlossen. Ich muss mal eben überlegen. Also wir haben den Triebwagen da. Na, wieso fährst du denn nicht? So, ich muss jetzt mal echt überlegen. Notbremsventil ist geschlossen. Sandung, 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 Signale, Rohr und Fahrgasttüren zu. Fahrgasttür wäre das auch zu. PCP ist klar. Habe ich denn jetzt vergessen? Notzugkraft. Federsprecherbremse. Weiß. 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 Führerschanzbeleuchtung. Dimmen, Ass. Ist egal. Heizen. Dat, dat, dat. Ne. Jetzt muss ich mal überlegen. Stromabnehmer ist oben. Dat ist dat. Dat ist Zuglichter. Fahrend. Oberleitungsstrom fahrend. Ist jetzt hier in der Lok. Und bedingter Fahrlauf. Zugkraft, nur Zugkraft. Tor dahinter. An. Instrumentenbeleuchtung an. So, also eigentlich müsste die Karre doch jetzt fahren. Was haben wir denn hier? Ist die noch? Die ist gelöst. Wieso fertig ist sie nicht? Jetzt machen wir auch Spaß beiseite. Warum fährt er nicht? Nein, wir gucken. Hier ist der jetzt auf 0. Aus PZB 1. Sie fahre ein. Dat ist dat, 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 dat. Stromabnehmer Heck. Okay, das ist mir egal. Ähm. Ich hab ein grünes Signal. Ich soll in 17 Minuten door sein. Keine Ahnung, wann wir jetzt erst losfahren, gerade nicht. Ähm. Ja, dat können wir. Dann wäre es mal auf Tempo 40. Dat können wir alles schließen. Ach, ich war noch. Mein Fehler. Mein Fehler. Alles mal eben gucken. So, also dem brauchen wir auch nicht. Dem brauchen wir nicht. So, dem brauche ich nicht. Dem brauche ich nicht. Dem brauche ich auch nicht. So. So, dat ist dat. Wieso kann ich? So, er soll auf 40 beschleunigen. Ich will ja auch aus dem Bahnhof rausfahren. So, zack. So, dele. Dann gucken wir mal auf. Die ist ja auch wirklich knuffig heute hier, ne? Wirklich süß. Sehr, sehr süß. Kann ich jetzt die Zielanzeige von hier aus eigentlich auswählen? Kann ich hier überhaupt irgendwas dran ändern? Hab bisher null Punkte. Das ist auch schön. So, jetzt kann ich halt, glaube ich, auf 80 gehen. Na ja, 90, 100 sogar. Ist das richtig? Oh, ungefähr. Muss das passen. Mal schauen. Ich kann auch nicht mehr die Zugzielanzeige erscheinen. Sehr schön. Na, den Scheibenwischer darf man immer ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich den ankriege. So, ob hier, oder, ne? Scheibenwischer raus. Zack. Braucht kein Mensch bei dem Wetter. Jetzt hab ich den... Drüben hab ich den auch noch an. Ja, gut. Ein bisschen mal eben gucken. Ah, da ist hier grün. So. Muss ich den ja hier eben einschalten. Fahrgast hören. Scheibenwischer raus. Ich weiß gar nicht, warum jetzt anders. Das ist egal. Nun ja. Fahrgast hören wir mal in die 18 Kilometer. So, wenn wir sitzen da, wo wir rein wollen. Aber schau. Und was jetzt noch so alles passieren wird. Das kann ich hier nicht anmachen. Ich hab hier ein Anzeigedisplay, das einfach nur out of order ist. Ja. 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 Interessant. Nun ja, gut. Dann ist das jetzt. Oh mei. Der Arm. Das ist ja wirklich süß. Na also. Wenn wir uns jetzt hier mal so hinhaben. So, wir stellen uns jetzt mal hier hinten irgendwo hin. So. Zack, 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 zack. Warten nochmal so 20 Sekunden. So, zack, 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 zack. So, das heißt, wir stehen jetzt hier. Hier ist ein schöner Blickwinkel. So. Aber der ist ja wirklich, wirklich knuffig. So, gut. Und damit fahren wir weiter hier dran. So. Wie sieht das hier aus? Das ist 25. Wunderbar. Damit kann man leben. Was wir vielleicht auch noch anmachen zu halten ist. Die ZB ist klar. Da kann ich nichts ändern. Da kann ich nichts ändern. Ähm. Hm. Hm. Das sind lichterfahrend. Ohrleiterstrom. Hm. Wegweil. Würde schon passen. Wir kommen gerade an irgendeinem alten Bahnhof aus. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier jetzt? Ah, stimmt die Null aus. Nein. Jetzt haben wir das einfach getarnt. Hier ist auch so richtig viel Verkehr im Moment, wie ihr seht. Irgendwie gar nichts. aber gut, noch eine 15 da braucht man auch nicht fair warten sodel da was kommt denn jetzt schönes achso, genau ca. 7 km bis zum Ziel mal schauen so aber gut, Fahrplan fahren Sie bald, kann immer viel sein, kann auch wenig sein wir werden es sehen was steht denn hier auf der Karte? wo sind wir? wir sind herbeck, zement fabrik, okay, war ich noch nie naja gut, ist halt so wie das so, jetzt haben Sie noch eins eigentlich sollten wir jetzt schon am Ziel sein, aber ich habe die Karriere nicht bekommen keine ahnung warum ja so, jetzt haben wir halt ein bisschen Verspätung gibt es aber auch glaube ich nicht weiter schlimm auch wenn ich nicht verstehen kann, warum man für eine Station einen Dockführerwechsel macht, aber lassen wir das mal so im Raub stehen mal wieder nach diesen falschen E-Wüte Anlagen dann bremsen wir den jetzt mal langsam ab auf 40 km boah, fett ruckelig fährt der Konsorte ruckelig so dann fahren wir den jetzt auf 40 km runter ich sehe einen Zug, mein Gott, Leute das habe ich ja gar nicht gerechnet heute aber gut was mir auffällt, es ist grauer als die Ortschaften im Osten der Republik also irgendwie hat sich das auch alles ein bisschen verändert hier im Vergleich zu früher so 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 Und steht halt 20 cm davor So, Türsteher Links Ist eigentlich egal Wo waren das jetzt hier? Tür war der, ne? Fahrgasttüren geöffnet Boah, hier sind so viele Fahrgäste Ist hier überhaupt jemand im Zug drin? Nö Hammerhart Ah doch, einer Einer war drin Auf beiden Seiten Das hätte man auch nicht machen müssen Muss ich hier echt fast eine Minute warten Aber jetzt ist er voll Aber jetzt ist er gut gefüllt So Das heißt Warten und warten und warten So, das haben wir Luke schließen So, Tür schließt Also erstmal auf 40 Gut, Tempo 40 90 ist hier Gleich auf dem Nachbargleis Wir schauen mal So, das heißt Über die weichen Straßen Tempo 40 Bis wohin Da sagt mir hier schon 120 Kann ich mir vorstellen Und dann sagt mir immer noch 50 So, das heißt Wieso hat das Spiel denn immer nur so große Ampeln, die blinken Das ist doch nicht richtig Das ist doch nicht richtig So Jetzt können wir mal Den Gas geben auf 120 Und da Befördert Ja, 100 Um dann da vorne wieder ausgebremst zu werden So Absolut, oder? Gut Dann schicken wir die wieder runter Oft 40 Da lassen sich erst mal 60 Darauf zu fahren Und da steht auch noch ein Schluck Nirgendwo Ist ja auch okay Hier war wieder die Kloake Ich glaube, ich sollte mal 40 ab So Ich glaube, hier ist jetzt quasi der 40 Also das ist echt so der größte Manker Das mich hier im Spiel So ein bisschen ärgert Manche Signalbilder, die verkehrt sind Und da auch Signalbilder Veranscheiden Aber es sind halt so Sachen Die haben wir auf hohem Fuße, ne? Ähm, ja 40 ist richtig, na ja Müsste sagen So Jetzt wieder Sagt weiter in 40? Dann fahren wir weiter in 40 Dann fahren wir weiter in 40 Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, müsste das zu Ende sein Nachdem wir über die Weiche sind Ähm, gut Also der ist ja eh sofort da Von daher Alles gut So, dann haben wir auf jeden Fall Einmal den Kram durch Und mal gucken Wir sind jetzt auch gleich im Bahnhof Kann schon auf den RK 40 halten Ist eigentlich relativ überholt Ich sag mal aus Hier können Fahrtrichtung links sein So Ob geschätzt Die linke Seite Ob es so kommt, ich weiß es nicht Aber wir werden sehen Dann lassen wir die mal rollen Mal gucken, was passiert Ja, dann haben wir das jetzt hier auch sofort durch Das ist wirklich so ein knappen Bahnsteig So, komm Dann müssen wir auf jeden Fall vorbeikommen Na, also So, Karre steht Türen öffnen Dann haben wir das schon da Damit haben wir dann unsere kleine Tour fertig mit der Karre An diesem super duper kleinen Bahnsteig Ist doch ganz nett hier eigentlich Im Ganzen Aber wenn ich hier noch nie war Hm Gut Auf jeden Fall Schöne Sache Dann werden wir uns gleich Noch an ein Szenario heransetzen Und dann war's das auch schon wieder Boah Joa In dem Fall fahren wir den untrainierten Und uneingefahrenen Steuerwagen PBZFA Also quasi die gleiche Kanzleration Nur rückwärts Denk ich Hm, hm, hm So Das heißt Wir müssen jetzt nochmal eben rein Luke schließen Und dann müsste das Thema durch sein So, weil das Ding zu ist Ziemlich genau Jetzt Und welchen Wunder Wir haben Silber Silber Aber Silber reicht uns So Hauptmenü Joa Gut Und dann würde ich sagen Haben wir jetzt das Ding schonmal Dann machen wir gleich das Szenario Aufgewacht Und setzen sie Die Morgenfahrt Für die Morgenfahrt Einen Passagierzug In Betrieb Jo Das machen wir dann sofort Und dann sag ich mal Bis In zwei Minuten So Und probieren wir jetzt Spiechen jetzt nochmal Weil ich hab's gerade probiert Ich hab keine Ahnung Aufgewacht So Wie soll das Ding Da hinten drauf bringen Von dahinten aus Ja, ist klar Vorbereitete In Betrieb genommen werden Ist richtig Ja Stets im Gehbungsbewusst vor Augen halten Weil der fährt jetzt eh gleich raus Genau wie der hier Buchen mich noch nicht mal an Mit der Konsorte Also wir gehen jetzt hier rein Die Bewegung ist es jetzt Bis die Lokentscheidung Kommt weiter Dann ist es um das Ding hier Ja Wir rennen jetzt mal hinten zur Lok Stellen Sie Batterie auf Start Und Ich sehe nichts Stromaufnehmer aufs Heck Batterie Start Stromaufnehmer aufs Heck Haben wir Stellen Sie Richtungswender auf Rückwärts So Machen wir Rückwärts Warten Sie bis der Bremszug auf 5 Bar geht Das ist die obere Zahl von den dreien Joa Machen wir das auch nochmal eben So Jetzt haben wir sofort die 6 Bar In wenigen Sekunden Jetzt So Dann müssen wir jetzt hier Heben Und MCB auf geschlossen Den erheben Den geschlossen Karre ist dran Fahrerbremse Volle Leistung Haben wir Fahrerbremse lösen Haben wir Richtungswender auf neutral Fahrerbremse auf aus Haben wir Die Dinger auf rot Und den auch auf rot Haben wir Lösen Sie die Handbremse Haben wir Klettern Sie runter Und begeben Sie sich Zur anderen Kammer Okay Machen wir Lug zu Ich weiß gar nicht wie ich hier rausgekommen bin Oh Muss ich gar nicht rein Schließen So Lug zu Jetzt hinten Für zu gut oder nicht Ja Gut Also ab nach vorne Karre hat zumindest schon mal Licht Also Strom So Einmal hier rein Luke zu Möcke geht zu So Auf An Hat er noch was anderes Ne nur Fahrend Okay Spitzensignale Aus Spitzensignale Zack Hinsetzen Rückwärts Vorwärts Haben wir Steht auch vorwärts Richtungsfinder vorwärts Bremsschlüssel An Vollleistung Lösen So Stromabnehmer Heben MZB Geschlossen Es kann los sein Okay Also müsste der ja jetzt fahren Jetzt fährt er Ich hab vorhin genau das gleiche gemacht Und er machte es nicht Ähm Ja Keine Ahnung Aber gut Dann ist das halt so Na Was hatte ich noch Sie von Ja Das andere würde uns Angeschaltet Aber ansonsten Warte die gleiche Reihenfolge Ich verstehe es nicht Hm So Gut Eigentlich brauche ich den ganzen Plunder hier nicht Nein 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 Achso ich soll vielleicht mal bremsen Zack Öffnen sie Türen auf der linken Seite Links entriegeln Türen öffnen Vielen Dank Ja genau Man sollte aber noch Wagenbeleuchtung Fahrend Sandstreuer ist klar Bremse ist auch klar Steigen sie aus Um die Aufgabe zu erfüllen Machen wir doch gerne Zack hier hin Wunderbar Hat er sogar nur auf Silber gesetzt Wie gemein Wie gemein Ja gut Auf jeden Fall Wir haben es geschafft Und damit würde ich sagen Eenden wir dann die Folge Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Und da wird es dann heißen Aha Szenario Frachtwechsel Dauert eine Dreiviertelstunde Gut Aber das machen wir beim nächsten Mal Auf Wiedersehen Tschüss Dauert